Einen wunderschönen guten Morgen mein Lieben, mein Name ist Ji aus dem CryptoCafe. Ich bin euer CryptoTainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen. Definitiv keine Finanzberatung. So, heute Morgen das Thema kurz zusammengefasst. Ich werde dazu später nochmal ein extra Video machen, ein bisschen ausführlicher. Und zwar habe ich heute Morgen gesehen, da hat jemand im deutschsprachigen Raum, auch ein großer YouTuber mit sechsstelligen Abonnentenanzahl behauptet, ja, die CIA will dahinter stecken. Ja, eigentlich sollte es kein Entertainment sein, aber ich fand es lustig. Also, wenn ihr euch tatsächlich ein bisschen einlesen wollt, wie die Mining-Landschaft aussieht, vor allem bei dem Public Miner, hier gibt es zwei gute Seiten, das eine ist Arcane Research und das andere ist Hashrate Index. Beide haben relativ kurze Artikel, aber relativ ausführliche Recherche im Hintergrund und vor allem auch grafische Darstellung, wie alles zusammengesetzt ist. Ja, an der Stelle muss man auch einfach sagen, also, es geht alles auf diese News zurück, dass der größte Miner in dieses Core Scientific, wo es ja aktuell kurz von der Insolvenz steht. Man muss einfach einen Schritt zurückgeben, diese ersten Mal, ja, diese ganzen Public Miner, also praktisch öffentlichen Mining-Unternehmen, die natürlich auch bürstlich gehandelt sind, die machen nur einen kleinen Teil der gesamten Miner aus, ja, das sind, ich glaube, ein Viertel oder so, alle Miner überhaupt gehören diesen Public Miner, der Rest sind alles private Unternehmen, ja, Unternehmen oder einzelne private Leute. Und bei denen ist es natürlich so, ja, dass viel, ne, aktuell akkumuliert wird, ja, weil diese ganzen bürstlichen Unternehmen, die sind natürlich zu viel mehr verpflichtet, ja, Reporting und so weiter und haben natürlich auch höheren Kostenaufwand an der Stelle und die haben natürlich auch letztes Jahr sehr viele davon, ja, zum Hochspunkt, ne, wo das alles gepusht worden ist durch diese ganzen Narrative in der Öffentlichkeit, halt sehr viel, ne, Geld investiert und auch aus der Öffentlichkeit, dazu ist es ja da, ja, öffentlich meine, dass die, ne, an der Börse ihre Aktien verkaufen können oder auch Schulden aufnehmen können, ja, um Geld einzunehmen, womit die dann natürlich massiv investiert haben und auch falsch investiert haben, ja, man kauft natürlich nicht, ne, auf dem steigenden Weg nach oben und jetzt, ne, kommt halt die Keule zurück, ja, und deswegen wird, gehe ich auch davon aus, das habe ich auch vor ein paar Tagen gesagt, dass in der nächsten Zeit vermutlich noch mehr Miner beim Umkippen sein werden und das, was im Hintergrund passiert, das steht hier in diesem Artikel, zum Beispiel sehr gut, ja, dass auch, dass eben an dieser Stelle zum Beispiel sehr gut, sehr gut gefundete Privatunternehmen, wie zum Beispiel die Grayscale auch, ja, und auch vor allem diese Digital Currency Group, das ist eine Riesengruppe, ja, denen gehört zum Beispiel auch Coindesk und auch andere Unternehmen, dass die als Privatunternehmen jetzt günstig im Markt sich einkaufen, ja, und die, die pleite gehen, ne, die letztes Jahr zu viel, zu teuer bezahlt haben, die müssen jetzt natürlich ihren Equipment loswerden oder, ne, irgendwie Geld nachher rausholen, weil durch, ähm, durch Schuldenfinanzierung und durch Herausgeben von neuen Aktien kriegt eben kaum noch einer Geld in diesem Bärenmarkt aktuell und, ja, was die einen verlieren können, eben die anderen nur gewinnen. Und kommen wir zum nächsten, wir haben eine Gearbox, ja, eines der, ähm, tatsächlich sehr, sehr spannende Protokolle, leider, leider nur auf Ethereum, ja, aber aktuell sind die Fees tatsächlich so niedrig, ich habe das gestern mal tatsächlich angeteased oder anprobiert, ja, selbst die Gebühren waren so um ein, zwei Dollar, ja, pro Transaktion, also ist definitiv im, ähm, Bereich des Machbaren, trotzdem, sag ich mal, für Kleinanleger, wenn mich nicht wirklich spannend, was, ähm, Farming angeht. Und, äh, die haben jetzt, äh, die V2 jetzt draußen und dazu werde ich entsprechend auch ein extra Video machen in den nächsten Tagen und, ähm, ähm, einfach den Kanal von mir abonnieren, ja, auf YouTube und dann, äh, werdet ihr das nicht verpassen. Kommen wir zum nächsten, ähm, und zwar dieses hier, ja, das habe ich vor zwei Tagen nämlich im Urlaub, äh, kurz gelesen und, ähm, der Grund, warum ich, äh, darauf anspreche, ist, dass, ähm, wurde tatsächlich auf Twitter von anderen Leuten kritisiert, die ich auch selber folge, ja, und da dran kann man auch sehen, auch bei mir ist es so, ja, wenn ihr mir auf Twitter folgt, nicht alles, was ich da schreibe, ja, ist hundertprozentig, ähm, sag ich mal, wirklich extrem gut nachgeforscht, ja, so wie ich das bei meinem, ähm, Protokoll-Research und so mache, ja, weil Twitter ist einfach eine, sag ich mal, News-Plattform, auch für mich, ja, wo ich einfach News aufschnappe und die, wo ich, äh, tatsächlich, äh, für, wo die ich für interessant halte, da forsche ich ein bisschen mehr nach, aber in erster Linie geht es eben darum, alles, sag ich mal, äh, zeitnah rauszuschießen, ja, und, ähm, es geht in diesem Fall darum, dass, äh, die einige Unternehmen oder, sag ich mal, Krankenhäuser, USA oder Forschungsinstitutionen, die im Bereich Krebsforscher unterwegs sind, ja, die mit, ähm, den aktuellen Entwicklungen, was, äh, KI angeht, also künstliche Intelligenz und, ähm, und auch, ähm, Modellierung von Daten, ja, Machine Learning, ähm, um, um diese Krebs, ne, ähm, Rätseln zu lösen, ja, und Machine Learning bedeutet einfach, dass die praktisch durch Algorithmen oder durch künstliche Intelligenzen, ne, diese große Massen an Daten verarbeiten und da drin versuchen, Muster zu erkennen, ja, und dieser, dieser Machine Learning, diese Modelle, ja, die, aus diesen massiven Daten, nicht die Daten selbst, ja, sondern diese Modelle, die da daraus generiert werden, dann packen die auf die Blockchain, ja, hat den größten Vorteil, Blockchain kann man, sag ich mal, erst mal, ne, äh, zum Datenübermitteln verwenden, aber weil eben die, an dieser Stelle die Massen an Daten nicht alle auf die Blockchain passen oder Kostenaufwand, ne, nicht, einfach nicht machbar sind, ja, ist es so, dass diese Daten, diese Modelle von Daten, ne, die sind natürlich viel, viel kleiner, ja, die kann man problemlos auf die Blockchain packen und dann kann natürlich jeder, ne, der jede Zeit natürlich neue Daten mit dem Modell verarbeitet, das Modell weiterentwickelt, auf der Blockchain das Modell aktualisieren, das praktisch niemand, ja, der, nur nach dem Motto, hey, Rechner einschalten, erst mal 50 Gigabyte Download ziehen, also Update und dann erst losarbeiten, sondern man hat immer die aktuellsten Daten, solange man natürlich an die Blockchain angebunden ist. Das ist natürlich der größte Vorteil, sozusagen, das Sinken, ja, von vielen Unternehmen, die, äh, nicht an eine Stelle sind. Und, äh, was kritisiert worden sind, sind natürlich von den, äh, Kritikern, dass an der Stelle praktisch Patientendaten oder persönliche Daten von irgendwelchen, ne, Leute, die natürlich an Krebs, äh, vorschung beteiligt sind oder, äh, daran leiden, dass die, ja, äh, auf die Blockchain, ja, öffentlich praktisch für alle, äh, zugänglich, äh, sichtbar ist und dass das überhaupt nicht geht, ja, dass an der Stelle Blockchain praktisch missbraucht wird oder falsch genutzt wird und so und, ja, das ist natürlich schade, dass Leute sowas in die Runde schießen und kommen zum nächsten. Hier haben wir einen tatsächlich sehr, sehr, sehr guten, ähm, Thread, ja, von jemandem geschrieben, der hat beschrieben, wie dieser kommenden, äh, Upgrade 4844, ja, IAP 4844 für Ethereum Skalierung, wie das, ähm, man sich das vorstellen kann, ja, nämlich, ähm, mit Toiletten, Originale, sehr gut beschrieben, äh, kann ich nur jeden empfehlen. Und kommen wir zum nächsten, ähm, ähm, ja, das, äh, es geht um die, äh, Spenden, ja, ja, ihr wisst ja, aktuell ist bei USA dieser Midterm, sowas wie Zwischenwahlen, ja, und da kann man sehen, das interessante George Soros, ja, ähm, 128 Millionen gespendet, ne, für die, äh, demokratische Partei und, das ist mehr, ja, als die nächsten zwei zusammen, ja, der, ähm, Elizabeth Richard, keine Ahnung, wer das ist, und, ähm, aber Kenneth Griffin. Kenneth Griffin ist natürlich der von, ähm, von Citadel, der, die natürlich auch hinter Robin Hood und, äh, so stecken, ja, und, äh, und, äh, die natürlich, äh, äh, durch ihren Arbeitsweis, in Anführungsstrich, äh, in Verruf gekommen sind, ja, und da dran, ja, kann man sehen, also ich meine, das sind halt massive Spenden, ja, die an der Stelle, und das sind noch nicht mal richtige Wahlen, also nur Zwischenwahlen. Und, äh, da ist natürlich meine Frage, ne, ist es besser, ja, wenn man, zum Beispiel, erlaubt, der, der Politiker, sag ich mal, öffentlich, ja, offiziell Spenden annehmen, ja, und dafür aber nicht privat, noch irgendwo als Advisor oder, ne, Berater in vielen Unternehmen, ihr kennt ja, ne, diese Geschichten von unserem Gesundheitsminister, ne, der, der frühere Gesundheitsminister, nicht mehr der aktuelle, und, äh, und die sonstigen Politiker, ja, die dann, z.B., ne, vier Jahre, ähm, irgendwie Politik machen, dann irgendwo sowieso in großen Konzernen hineingehen, und, ähm, ja, ist, äh, fragwürdig. Und kommen wir zum nächsten, CK Sync, äh, hat ziemlich lange angekündigt, ähm, ähm, vor einem Monat, ja, und jetzt sind die tatsächlich sehr, sehr pünktlich gelauncht, ja, ähm, denkt dran, ne, es ist nicht so, dass man jetzt einfach reinstürzt in viele, ne, ähm, ähm, sagen, äh, ja, los jetzt da rein, und, ähm, das ist noch nicht so weit, ja, aber es ist ein großer Schritt nach vorne, die sind auf dem Mainnet, Medium und Alpha, und, äh, es geht natürlich darum, dass jetzt mehr Leute onboarded werden, Apps onboarded werden, weil es muss natürlich auch getestet werden, ja, diese ganzen CK-Sachen, wie gesagt, meine Einschätzung nach, ist vielleicht ein bis zwei Jahren, ja, dass die ersten CK, ähm, Rollups tatsächlich so weit sind, dass man dort, z.B. wie heute, ja, AWS, ähm, Curve und so weiter, da drauf ganz normal benutzen kann, und auch größere Mengenkapital, weil bis dahin ist einfach die Programmierung, ja, diese, das ist wie EVM, ja, in den anfänglichen Zeiten, es läuft schon, aber es ist noch nicht, läuft nicht glatt, und da wird keiner, ja, das große Kapital drüber bridgen wollen, und, ne, wenn da Gefahr besteht, dass irgendwas schief geht, also es ist eine Alpha-Version, definitiv, ja, aber, äh, wer will, kann sich das gerne mal angucken, ähm, ich bin sowieso der Meinung, dass die CK, sag ich mal, in den drei, fünf Jahre Zeitraum ziemlich groß sein wird, ja, so, kommen wir zum nächsten, ähm, und das ist der Dieselpreis, ne, äh, ich meine, klar, ich als Dieselfahrer muss da auch sagen, ja, blöd gelaufen, ja, und, ähm, in meiner Einschätzung nach, das wird noch ziemlich weit nach oben gehen, wenn wir in den Winter hineinlaufen, weil einfach keine Kapazität da ist, ja, und, ne, es geht hier nicht um die Speicherkapazität, sondern um die Raffinerie, ja, die wurden halt in den letzten zwei Jahren, in der Corona-Zeit, sag ich mal, ziemlich weit zurückgebaut, oder abgebaut, und, ne, jetzt ist eben nicht genügend Kapazität da, um neue, ähm, zu erzeugen, und der, solange, wenn der Verbrauch eben höher ist, als, äh, als, äh, als, äh, als die Erzeugung, als Supply, ähm, Demand, äh, geht natürlich der Preis auf. So, und die letzten drei, ja, geht tatsächlich in die Richtung Meme, beziehungsweise Twitter, ne, diese ganzen Übernahmegeschichten, also, da, da kursiert einfach aktuell sehr, sehr viel, ähm, wie sagt man das, ähm, 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 Fake, ja, Fake News und auch, äh, egal von welchen Seiten, ja, da will ich noch nicht mal, ähm, irgendwie Stellung beziehen, ja, aber, ne, zum Beispiel hier, diese Dinge, ja, äh, äh, dieser Mensch, ne, ich meine, vieles, ne, kann man sogar als Trolling, Trolling, ja, Internet-Trolling, das heißt, ne, andere Leute an der Nase, äh, ziehen, an der Nase, äh, rumführen, oder sowas, ja, ähm, da hat irgendjemand einfach dieses, äh, Ding hier genommen, ja, von Braden, das war vor zwei Monaten, der ist da auf LinkedIn ziemlich groß rausgekommen, weil er als CEO von diesem Hyper-Social, ähm, Unternehmen gesagt hat, hey, na, es tut mir so weh, ja, ja, dass ich jetzt, ne, meine, ne, praktisch, äh, äh, Angestellten entlassen muss, ja, und so weiter, und, ne, ihr seht hier, also, 60.000 Likes, ja, und 10.000 Kommentare, ja, wenn man sich sein sonstigen Thread anguckt, da kriegt er so zweistellig, ja, 20, 30 Likes und, ne, äh, Kommentare, und dadurch ist er halt ziemlich bekannt geworden, ja, und auch das Foto von ihm, also sowohl, ne, ähm, im Positiv- als auch im negativen Sinn wurde er eben, ähm, kritisiert oder angesprochen und auch von größeren Zeitungen, ja, und dieses Bild hat man jetzt genommen, ja, und, äh, auf, ähm, auf Twitter gepostet hier, ja, und hat gesagt, hey, ja, ich habe, ich habe fünf Jahre lang für Twitter gearbeitet, ja, und jetzt haben sie mich entlassen. Und das Lustige ist, nur mal, die Leute, die, die Strolling betreiben, ja, die benennen sich natürlich vorher um, ja, und diese, diese Namen, Ligma, ne, ähm, wenn ihr ein bisschen googelt, ja, dann wisst ihr, was, was Ligma bedeutet und genau so geht's, ne, um hier. Das ist so ein Video, was rumkursiert, ja, ist auch ziemlich gestellt. Ich meine, man kann das ja nicht sagen, na, das sind die, ne, die Extremen, die auf der einen Seite, ja, ich gehe tatsächlich an der Stelle davon aus, dass das Leute sind und Royals sind, ja, die, die, die Massenmedien, ne, an der Nase, ja, herumführen, und zwar der einen von den beiden, ne, die angeblichen von, äh, Twitter gefeuerten Leuten, also Entwickler, ja, so zu dem Namen, die ganz unten sind, die eigentlich gar nichts mit dem ganzen Debakel zu tun haben, ja, der heißt dann Raoul Ligma auch, ja, und, äh, nach Recherchen oder ausführliche, äh, ausführliche Recherchen nur einigen, ähm, andere Seiten, ja, sind das ja überhaupt gar keine Mitarbeiter von Twitter gewesen, aber, ja, ne, die, die natürlich diese News aufschnappen, vor allem auch die Massenmedien wie CNBC inklusive und Bloomberg, ja, als zwei der größten, direkt, ja, hier, ne, der Elon Musk, der Feuer, direkt die unterste Schicht, ja, die eigentlich überhaupt nichts mit allem zu tun haben, ja, die guten Entwickler, die werden vor die Tür gesetzt und, ja, und, äh, Elon Musk kann man übrigens auch mit einem großen I schreiben, ja, sieht genauso aus wie L, aber da fallen da auch große, ne, ähm, Kanäle da drauf ein, wie der Greg hier, ja, hat gesagt, ey, guck mal, Elon Musk, ne, der hat sich selbst weggesperrt von Twitter und das war's auch schon, schon heute für euch aus dem Kumpelkaffee, mein Name ist D, ciao, ciao.